Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Ich weiß nicht, was doch dieser Cowboy-Typ der hat, was, wenn er mich anlacht, mein Mr. Texas, weiß nicht, warum ich mich total in ihn verliebt hab, warum mein Herz für Mr. Texas schreckt. Der wilde, wilde Besten ist gleich nebenan. Ich schließe kurz die Augen und fang zu träumen an. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020